Instagram kann ein toller Ort sein. Ein Ort der Kreativität für Content-Creator, um ihre Arbeit zu zeigen und auch um Geld zu verdienen. Was mich persönlich sehr freut, Instagram ist ein höchst politischer Ort. Es gibt dort ganz tolle Journalismus-Projekte auf der Plattform. Auch Bild ist auf Instagram an der Stelle eine kleine Follower-Empfehlung. Aus Studien wissen wir, junge Menschen informieren sich nicht mehr über eine Print-Zeitung und eine Online-Seite, sondern über Social Media. Deshalb müssen wir dort sein. Es wäre fatal, dort nicht verlässliche Nachrichten zu platzieren. Ein Ort für wertvolle politische Debatten ist Instagram aber auch. Hashtag MeToo hätte nicht so eine Wirkung erzielt, die Black Lives Matter Demonstrationen hätten nicht diesen großen Impact gehabt und auch eine Bildung der breiten Masse über Hongkong hätte ohne Instagram nicht so eine große Reichweite erzielt. Ich finde, wenn eine pro-demokratische Berichterstattung möglich ist, kann man auf Instagram publizieren. Und gerade deswegen, Instagram muss mehr tun, um Beleidigung und Hass zu verhindern. Bis zu 70 Prozent der Nutzerinnen zwischen 15 und 24 Jahren auf Instagram haben Gewalt erlebt. Gewalt in Form von Belästigung, von Beleidigung, in Form von Androhung von physischer Gewalt. Instagram, räum bitte deinen eigenen Laden auf, damit wir hier alle eine gute Zeit verbringen können. Man hat genièrement an, wenn man lebt gruppische Ichatrasse remember. Mmm-